Das wäre dann Lukas Stegler an unseren Race Director. Und ich glaube wir haben am Sachsenring jetzt auch eine neue Ampel, Grün ist weg, genau so ist es. Nicht wie früher. Fünfmal Rot, Burkhard Haltenbund, genießen! Und zwar die Akustik, die diesmal eine weniger ausgenommen ist. Dazu später mehr. Und zwar die Akustik, die das immer noch ausgeführt hat. Der Start ist jetzt ein paar Jahre lang, dass es eine Chance hat, dass es jetzt ein paar Jahre lang ist. Das ist jetzt ein paar Jahre lang. Das war's. 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 Das war's.